Das ist doch keine Lösung! Was machst du da? Was machst du da? Komm raus, komm raus! Was ist da? Was ist los? Was ist hier los? Ja, guck mal hier, komm! Junge, was hast du? Was hast du gemacht? Was ist los? Was hast du? Hast du Drogen genommen? Was ist das hier? Hey, das ist keine Lösung für Probleme!